Hey Leute und Willkommen zum Adventstürchen Nummer 5 Und ja, ich würde mal sagen, wir gehen mal direkt rein, was sich schon direkt zufällig hinter uns befindet Gut durchdacht So, uns macht ein LOL Okay, ich denke mal Water Energy Aber Leute, erwischt, ich werde nicht neidbar Wäre ich es nicht spektakulär machen Guckt zu und lernt Boom, yes Baby Dammit Bro Ich bin deprimiert So sieht es aus Okay, okay, sehr nice Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier ins nächste rein So Leute und hier wäre eigentlich gewesen, dass wir uns mit TNT hochboosten Aber da ich auf dem Server glaube ich aktiviert habe oder so Dass wir uns selber nicht hitten können Geht das hier gar nicht Weil guck mal, ich kann euch hier mal zeigen Ich kann mich hier reinstellen und ich bekomme noch nicht mal Schaden Yes Das ist ein bisschen blöd Ja, das müssen wir jetzt leider aussetzen Weil das irgendwie nicht ging Ich weiß nicht Aber ich bin ehrlich zu euch Da hätte ich glaube ich eh Mege reingeschissen Weil so mit TNT-Boost und so Bin ich nicht der Schlauste Auf jeden Fall Der Water MLG Dings Das war ja ganz neu Dafür könnt ihr ein Daumchen drücken Und ja, ich würde dann sagen Sehen wir uns morgen beim Türchen Nummer 6 Haut rein Ciao Ciao Ciao